Es ist endlich wieder soweit. Ich kann euch wieder etwas zurückgeben. Gemeinsam mit meinem Partner Rose Bikes gibt es einen extrem starken Gewinn. Und das ist ein brandneues Rose Backroad in der Farbe eurer Wahl mit der Shimano GRX 810 1 auf 11 Aufstattung. Und das gibt es über diesen Sommer zu verlosen und eben zu gewinnen auf meinem YouTube-Kanal. Was müsst ihr dafür tun? Vier einfache Bedingungen. Als erstes, und das hoffe ich seid ihr schon, solltet ihr Abonnent des Kanals Marius Quast sein. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit ganz besonders. Als zweites solltet ihr unter diesem Video einen Kommentar verfassen. Zum Beispiel auf welche Tour, auf welches Abenteuer ihr unbedingt mit einem Gravelbike dieser Art, einem Rose Backroad fahren möchtet. Und als drittes solltet ihr Rose Bikes auf Instagram folgen. Und die vierte einfache Bedingung ist Marius Quast auf Instagram folgen. Alle vier Punkte habe ich euch auch nochmal detailliert in der Beschreibung aufgeschrieben. Dort findet ihr auch die Teilnahmebedingungen und bis wann das Gewinnspiel läuft. Es wird ausgelost am 29.10.2023. Und bis dahin drücke ich euch allen sehr die Daumen, wünsche viel Glück und wünsche euch natürlich auch eine richtig schöne Sommerzeit. Genießt es mit kleinen Abenteuern, mit kleinen Touren. Und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Eines davon ist genau hier verlinkt. Viel Spaß beim Einschalten, viel Spaß beim Fahrradfahren und bis dahin.